Angina pectoris Ist mein halbes Herz nur hier, Dann ist es halb in China, Herr Doktor, Zieht zum gelben Fluß mit der Armee. Und jeden Morgen, Doktor, Im Morgengrauen wird es in Griechenland erschossen. Und wenn hier bei uns die Gefangenen schlafen, Die Krankenstation verlassen ist, Steht mein Herz vor einem verfallenen Haus in Chamlitsa, Jede Nacht, Herr Doktor. Und dann, nach zehn Jahren, Alles, was ich meinem armen Volk bieten kann, Ist dieser Apfel in meiner Hand, Doktor, Ein roter Apfel, mein Herz. Nicht Arteriosklerose, Nikotin, Gefängnis, Sind Grund für meine Angina pectoris. Ich schau in die Nacht durch die Gitterstäbe, Und trotz des furchtbaren Drucks auf der Brust, Schlägt mein Herz noch immer mit den fernsten Sternen. Dieses Gedicht von 1948 verbindet das persönliche Schicksal Hikmets mit seiner politischen Botschaft als überzeugter Parteigänger für den Kommunismus in der ganzen Welt. Angina pectoris. Damit bezeichnet man den durch verengte Herzgefäße verursachten anfallartigen Schmerz in der Brust. Ist mein halbes Herz nur hier, Dann ist es halb in China, Herr Doktor, Zieht zum gelben Fluss mit der Armee. Hikmets bezieht sich hier auf den chinesischen Bürgerkrieg, der 1949 mit dem Sieg der Roten Armee unter Mao Zedong beendet wurde. Hikmets identifiziert sich hier mit der kommunistischen Seite unter Mao. Und jeden Morgendoktor im Morgengrauen wird es in Griechenland erschossen. Hier bezieht er sich auf den griechischen Bürgerkrieg, in dem es laufend zu Hinrichtung kommunistischer Partisanen kam, die noch zuvor gegen die deutsche Besatzung gekämpft hatten. Und wenn hier bei uns die Gefangenen schlafen, die Krankenstation verlassen ist, steht mein Herz vor einem verfallenen Haus in Jamlitscha jede Nacht, Herr Doktor. Wikipedia klärt auf. In einem politischen Prozess wurde er, also Hikmet, im russischen Exil 1938 von einem Kriegsgericht zu 28 Jahren Haft verurteilt. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich Ende der 1940er Jahre dramatisch. Jamlitscha ist ein Stadtteil Istanbuls. Und dann nach zehn Jahren, alles, was ich meinem armen Volk bieten kann, ist dieser Apfel in meiner Hand, Doktor, ein roter Apfel, mein Herz. Diese zehn Jahre sind es die Hikmet, als er das Gedicht schreibt, bereits im Gefängnis ist. Zu annähernd zehn Jahren wurde die türkische Oppositionspolitikerin Canan Kaftanjoglu wegen bis zu acht Jahren alten Posts in sozialen Medien verurteilt, die von der Anklage als Terrorpropaganda eingestuft wurden. Ich bin dankbar dafür, in einem Land zu leben, in dem sich ein Innenminister lächerlich macht, wenn er gegen eine Glosse, die im Prinzip wegen schriftstellerischer Beschränktheit der Autoren beleidigend gegenüber der Polizei gerät, mit einer Strafanzeige vorgehen will. Nicht Arteriosklerose, Nikotin, Gefängnis sind Grund für meine Angina pectoris. Ich schaue in die Nacht durch die Gitterstäbe und trotz des furchtbaren Drucks auf der Brust schlägt mein Herz noch immer mit den fernsten Sternen. Das ist also das Schicksal, das Canan Kaftanjoglu mit Nazim Hikmet teilen soll. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.